Hallo Peter, alles Gute zum 60. Geburtstag. Hallo Peter, Happy Bad Day, I wish you the best. Long life, prosperity, don't forget to buy this magazine. Alles Gute zum Geburtstag, Gruber. Du siehst mich jetzt, oder? Ich seh dich, ja. Hallo Peter, alles Gute zum Geburtstag und sag mir, dass du so viel für die Erde tust. So, ja, wir reden jetzt über deinen Geburtstag. Wir reden auch, oder? Über deinen Vater sein Geburtstag, gell? Hi Peter, alles Gute zu deinem 60er. Und bleib gesund und fit und lass den KB bei uns weiterhin so gut schmecken. Notfalls richte ich die Zeitung nachher. Genau, alles Gute. Ciao. Ja, sollen wir jetzt anfangen, nun? Passt das so, oder, die Kulisse? Ja, schau, ja, siehst du was? Easy, geil. Das ist jetzt mich und das Bild. Ja, perfekt, perfekt. Grüß auch, ich melde mich da aus Hawaii und möchte ihm Peter alles Gute zum Geburtstag wünschen. Und bei ihm heißt es halt nicht der 60er, sondern bei ihm heißt es 6 zu 0. Und jetzt, lieber Peter, gehen wir zu den Glückwünschen und zu den Geschenken über. Rein glücklich stellen wir das da mit diesem Feld PC an Blumenstrauss, den wir somit herzlich überreichen, die alles Gute zum Geburtstag wünschen. Wir befinden uns hier im Clublokal des TSV Leiberhall und das ist ein ganz besonderer Ort, das ist der Kartentisch der Weltklasse. Hier fallen die ganz großen Entscheidungen. In der Weltklasse spielen eigentlich nur der Peter und ich. Die anderen spielen so mit. Ich kenne ja den Peter aus den 70er Jahren, wo er ja ein grandioser Fußballer war. Und da fangts schon einmal an. Ein Kriterium für seine Beliebtheit oder für sein Sympathiepotential ist ganz sicher seine Bescheidenheit. Der Peter ist von allen Mitgliedern, die wir haben, 250 oder knapp 300, derjenige, der aber mit der riesen Abstand der beste Sportler war, den wir im Club haben. Nur, du hörst von ihm nie was. Erstens konnte er mit dem Ball umgehen und zweitens, er war eine Kampfmaschine, zweikampfstark, laufstark. Also er war ein Spieler, wenn ein Verein eine Position hatte, wo man einen Sohn gebraucht hat, dann war er immer der richtige Mann. Das hat er übrigens auch gewusst. Der Peter hat sich immer gut verkauft. Da ist er dann sehr teuer geworden für die Vereine. War schlau. Grüß Gott, Herr Doktor. Wie geht es Ihnen? Danke, danke. Ich bin zufrieden. Mein Papa wird 60, den kennen Sie schon, den Peter, oder? Ja, der Peter. Wer kennt den Peter nicht? Ich meine, Sie sehen ja eh, wir sind bei der Bibliothek und wir haben natürlich eine riesige Auswahl an Büchern. Aber es gibt immer wieder Fragen, die nicht beantwortbar sind. Und wen rufen wir an? Den Herrn Konzilian. Und Peter. Des Weiteren ist der Peter einfach äußerst hilfsbereit, gell. Und auch großzügig. Ich, für mich persönlich, ich freue mich jedes Mal, wenn er bei dir reinkommt. Das ist einfach so. Und das musst du zusammenbringen. Auch da muss man wieder dazu sagen, es gibt Leute, die haben verdammt wenig Potenzial, ein glücklicher Mensch zu sein. Bei ihm ist das umgekehrt. Der Peter ist immer positiv eingestellt. Den hörst du nie jammern. Vor einiger Zeit, da haben sie ein oder zwei Hüften eingestellt. Ich habe das nicht einmal gewusst. Ich wollte ihn im Krankenhaus besuchen. Ich habe ihn begegnet mit den Krücken. Der redet nicht drüber. Der jammert nicht. Das ist halt so. Nein. Also, total positive Einstellung. Und, also, ich wünsche ihm wirklich von Herzen alles, alles Gute, gell. Auch für die nächsten Jahrzehnte. Servus Peter. Servus Peter. Servus Peter, grüß dich. Der Presi und ich heißen dich natürlich im Klub der Sechziger herzlich willkommen. Du weißt ja, Schadenfreude ist die schönste Freude, gell. Aber, wenn du uns zwar anschaust, hast du schöne Jahre vor dir. Robby, der Papa wird ja 60, wie du weißt. Gibt es irgendwas, was du ihm noch sagen möchtest? Erste Sache, herzlichen Glückwunsch. Du schaust keinen Tag älter wie 59, gell. Wildbanon mit den Haaren. Ein bisschen zum Friseur kann er vielleicht gehen, ab und zu. Aber, nein, ganz netter Kerl. Ganz netter Kerl. Glaubst du, es wird noch so lange leben, dass er mal ein guter Golfer wird? Oder ein noch besserer Golfer? Ich hoffe, in den nächsten 60 Jahren wird es noch besser gehen. Dann sehen wir uns in 60 Jahren nochmal, Robby. Du kannst mich nochmal in 60 Jahren nochmal flogen, gell. Happy Beauty, lieber Peter. 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 Nach 60 Jahren mit 8 Uhr stecken wie Jugend. Und dann lachtest du dich. Knochen knackern, Muskel drücken. Ich kenne mein Kind, mein Kind, was ich auch einmal kenne. Fußball spielen, das geht nimmer. Aber golfen, das geht immer. Bei Tennis bist du gar ein Star. Mit deinen 60 Jahren. Was wären wir ohne dich? Was wären wir ohne dich? Vergiss es mich. Wir brauchen dich. Darum wünsche mir zu deinem Besten, Bestenheit und das allerbeste. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020